und herzlich willkommen bei mir auf dem kanal ihr seht heute mal nicht aus dem studio sondern bei mir aus dem büro und ihr könnt heute sehen es geht um den color checker und zwar werde ich bei den workshops sehr oft gefragt wenn ich den color checker ausnehme um den weiß abgleich im vorfeld zu nehmen da werde ich oft gefragt wofür diese ganzen farben da sind und das möchte ich euch einfach mal ganz kurz an einem beispiel zeigen ich habe für die firma colori t shirts für den online shop geshootelt das ist gar keine so eine große spannende geschichte es geht halt einfach darum die klamotten ordentlich darzustellen damit man die im shop sich vernünftig anschauen kann was wichtig ist dass die farben natürlich alle komplett stimmen das heißt nicht nur der weiß abgleich sondern dass das rot auch tatsächlich das richtige rot ist und so weiter ein kalibrierter monitor der gibt mir nur selbst noch mal das gefühl dass das mit dem ich dass ich es vernünftig kontrollieren kann falls ich irgendwo eingreifen muss aber grundsätzlich muss ich erst mal eine basis abgeben die die farbtechnische sehr sehr gut ist und das mache ich mit so einem color checker und ich zeige euch mal ganz kurz wie das funktioniert ich mache also beim anfang ein foto mit dem modell das müssen wir dann diesen color checker in das bild hält dann exportiere ich mir dieses bild einmal kurz als dng das läuft jetzt mal eben so dann öffne ich das programm von color checker passport hier ist meine datei ziehe sie hier rein jetzt versucht er das schon mal zu finden ok hat kein color checker gefunden stellt sich gerade wieder ein bisschen an das macht nichts das kann man dann händisch selber machen moment hier meine ecken setzte die über die farben und passt ihm also ein bisschen an normalerweise entdeckt das von alleine in dem foto aber aus irgendwelchen gründen möchte das jetzt nicht haben so jetzt habe ich mir das genommen jetzt kann ich hier auf profil erstellen drücken jetzt kennt color checker natürlich seine farben er erkennt weiß genau wie sie in wirklichkeit sind und er vergleicht das mit dem farben die meine kamera mit dem blitz mit dem licht mit dem objektiv rüber bringt und passt sie dann in lightroom an ich kann jetzt meinem profil einen namen geben und zwar nenne ich das sony 7r da waren die ad 600 von godox dran und ich habe das mit 50 mm sigma geshootet ich mache jetzt mal eine 2 dahinter weil ich das schon mal gemacht hatte jetzt drücke ich auf speichern und jetzt wird ein kamera profil erstellt mache ich okay das war's ich kann keiner checker beenden mein lightroom muss ich einmal beenden und aber neu starten damit er das profil mit aufnimmt wenn ich jetzt in das entwickeln tool gehe finde ich hier unten unter kamera kalibrierung nicht adobe standard sondern genau hier meine mein profil was ich angelegt habe sony 7r ad 600 50s sigma und dann die 2 wenn ich gerade gemacht habe ich da jetzt drauf drauf drücke baut er automatisch das kamera profil um und die farben passen immer zeigt das mal und ich glaube ich hoffe dass man das jetzt bei euch auch so schön sieht ich mach mal ganz kurz und hol mir mal den richtigen weiß abgleich wenn ich das jetzt noch mal umschalte achte mal auf auf das rot gehe mal wieder zu adobe standard zurück und jetzt wieder zu meinem richtigen kamera profil also ich finde es hat schon wirklich einen großen unterschied und ich kenne ja nun die klamotten ich habe sie ja gestern selber gesuchtet und sie sehen halt genau so aus wie ich sie jetzt bei mir auf meinem kalibrierten monitor sehe wie du sie jetzt auf dem fernseher auf deinem iphone auf deinem rechner siehst kann ich natürlich nicht sagen nur irgendwo muss ja einfach mal die basis stimmen und wir müssen ja damit anfangen dass das dass es passt dass wir bevor wir die arbeit weitergeben einfach auch die richtigen arbeiten weitergeben und die richtigen farben was ich jetzt mache ist ganz klar ich markiere jetzt einfach alle meine bilder mit der geschichte drücke auf synchronisieren und dann haben schon mal grundsätzlich alle fotos den richtigen weiß abgleich und die auch dieses richtige fahrprofil und so kommen wir damit durch und ja ich hoffe das war einigermaßen interessant und wenn ihr dazu fragen habt dann schreibt das doch einfach mal da drunter ja ich denke das war's dann bis zum nächsten mal und tschüss ich mache es schon mal. Vielen Dank.